Herzlich willkommen zu einem kurzen Einblick in die Verkaufsliegenschaft. Ich bin Francesco Biondi, Immobilienvermittler der Firma Via Casa, und ich freue mich, euch die Immobilien zu zeigen. Die schicke 3,5 Zimmer Dachmesonette ist Teil eines 5-Familien-Haus im Quartier Stadtmatt. Idealer Standort im Zentrum von Loupen. Schnell erreichbar sind die Einkaufsmöglichkeiten, der Bahnhof sowie die Schule oder Kindergarten. Majestätisch drohen das Schloss über die Städte Loupen. Die prachtvolle Burganlage gilt als Wahrzeichen der Region mit nationaler Bedeutung. Weitere Senswürdigkeiten sind der mittelalterliche Stadtkern und die Mündung von Sensei Zahnen. Verkehrstechnisch ist gemeint durch den Bahnhof Loupen oder Anschluss an die Autobahn A1 gut erschlossen. Ein Lift führt nach Bekoem zum Eingang von Dachmesonette. Im Dachgeschoss befindet sich der voluminöse Wohn-OS-Bereich. Die überdurchschnittliche Raumhöhe und das gelungene Zusammenspiel von Holz und Mauerwerch sorgen für ein äusserst angenehmes Wohnfeeling. Der grossdimensionierte Balkon misst stolze 15 Quadratmeter. Die westliche Ausrichtung sorgt für viel Abensonne. Im Jahr 2014 hat die offene, moderne Küche neue Fronten bekommen und ist mit neuen Geräten ausgestattet worden. Sowohl der Stauraum, die auch die Arbeitsfläche verdienen das Prädikat grosszügig. Das Bad ist auch sehr geschmackvoll ausgebaut worden. Auf 8 Quadratmetern finden eine Eckbadwanne, eine Duschkabine und WC-Lavabo ihre Blatt. Die heimelige Dachschräge verleiht dem Schlafzimmer das gewisse Etwas mit Wohlfühlfaktor. Es lässt so richtig zum Hörenliegen und Entspannen ein. Das Prunkstück der Wohnung ist unbestritten die 32 Quadratmeter grosse Galerie. Die grosszügigen Fensterflächen sorgen für viel Licht und bringen die imposante Dachkonstruktion mit den schönen Holzbalken so richtig zur Geltung. Ein gäbiges 12 Quadratmeter grosser Zimmer im Galeriegeschoss für vollständiges attraktiven Raumangebot. Vielen Dank für euer Interesse. Für eine Besichtigung vor Ort kontaktiert mich unter der Nummer 079 610 19 87. Oder schreibt mir ein Mail unter beyondi.viagasa.ch. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme. Oh Gott. Vielen Dank. Vielen Dank.